So. Jetzt nochmal willkommen zurück. Der Brief war der letzte. Jetzt. Kann ich nicht einfach durchlaufen? Ne. Ich kann auch hier einfach runterlaufen, ne? Da drin ist nix mehr, ne? Ne. So. So, wie viel von 4, 4? 4 von 5, immerhin. Wintersonne. Ich glaube, das sind die letzten zwei Bilder von dem Spiel. Oh, cool. Ich kenne halt so eine Erinnerung. Oh. Oh. Oh, schade. Das ist ja so ein cooles Bild gewesen gerade für's Thumbnail. Oh, sieht auch cool aus. Der Kontrast. Das sah ja aus. Oh. Ist ziemlich glatt hier. Okay, jetzt ist es definitiv gefroren. Kann ich nicht einfach hier... Vielleicht muss ich nach was suchen. Ah, da oben. Vielleicht hochklettern und dann... Ja, dachte ich mehr. So in der Art. Ah, jetzt machen wir eine riesige Schneekugel aus diesen einen Teil. Sieht aber ein bisschen aus wie Stein. Oh, ich nehme es nicht übel. Schnee ist ein bisschen schwer herzustellen. In Spielen. Boah. Oh, trotzdem geil umgesetzt. Und Nordic... Nordic... Nordic Walking Läufer. Skiläufer ohne Skier. Sagt mein Vater dazu. Oh, guck mal. Auch da wo ich jetzt rumlaufe, ne. Jetzt von selbst ein bisschen zu. Also die Spur ist halt immer da, wo man selbst ist. Ha, cool. Autsch. Kopfstoß. Ja, nicht schlecht. Hm, hier muss ich wieder... Irgendwie hochkommen. Von oben vielleicht... Oh, hinten. Guckt euch das an. Hier Rehe. Hirsch. Ich wusste gerade nicht, wie man es benennt. Aber ja, das ist ein Rehe und ein Hirsch. Hm, ich komme irgendwie nicht auf die andere Seite gerade. Okay. Das könnte es ändern. Keine Ahnung, warum das... Boah, ich bin total leer. Hä, hier geht's einfach rein. Wozu bräuchte ich denn die Tannenzapfe? Also die ist für irgendwas notwendig. Deswegen roll ich die jetzt nach rechts. Ja, ich habe sie gebraucht. Wie ich dachte. Hm. Okay. Und jetzt muss ich wahrscheinlich nach oben, ne? Gott sei Dank, ich komme doch nach oben. Deswegen hat mich das Spiel auch das oben nicht zeigen lassen, weil... Ich da eh nicht hingekommen wäre. Ich komme mir so ein bisschen vor... Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Domino Day. Wo die ganzen Dinge immer nach oben flippen. Äh, was soll ich noch? Rechts rum? Ne. Nope. Was soll ich da? Soll ich etwa hier? Ja. Boah. Das hätte mich eigentlich umbringen können. Aber gut. Hat's nicht. Soll ich etwa hier? Ja. Boah. Das hätte mich eigentlich umbringen können. Aber gut. Hat's nicht. So. Jetzt geht's da nach. Jetzt habe ich was ausgelöst. Ich glaube, ich hatte gerade mein Band verloren eigentlich. Oh. Sagt doch, dass man hier ertrinkt. Pink. Ne, ist nix. Soll ich wieder raus, wie gerade eben? Oder ist hier... Oder ist hier... Oder ist hier links irgendwie doch noch irgendwas? Ne. Da ist definitiv nix. Sonst ist hier nix, ne? Außer fast tot wieder. Okay. Warum höre ich immer noch die Krähen? Ich glaube, ich muss mal neu starten. Ich höre immer noch Krähen. Die habe ich auch bei dem Haus gerade eben gehört. Ich werde gleich mal neu starten. Ich glaube, das ist ein bisschen verpackt. Da komme ich nicht hoch. Ich finde diese Absturz-Passage irgendwie mal heftig. Als wenn er gleich stirbt. Ui. Auf geht's. Ja. Ach, du fährst dir? Hier links kann ich wieder fliegen. Ah ja, deswegen, okay. Oh. Ich habe mich so ein bisschen abgebremst, weil ich ja angefangen habe runterzufallen. Ja, ich glaube, das hätte ich ausnutzen sollen, wie geil die Musik ist. Wir sind schon von ausgegangen, dass ich sterbe. Nein, da war Wolle. Ach, habe ich schon eingesammelt. So, und das zieht dann doch hoch, ne? Ne. Ja, dann muss ich hier wohl runter. Das war auch wieder haarscharf, ne? Wieso wusste ich, dass da irgendwas war? Na ja, wir fahren Städten. Warum nicht? Das heißt ja Levelabschluss. Ah, ne. Äh. Das war eine optionale Isbling. Das hört man immer, wenn man eine Errungenschaft kriegt. Also habe ich gerade eine Errungenschaft gekriegt, wahrscheinlich Schlittenfahrt oder so. Hm, den brauche ich doch noch irgendwo. Wenn das da stopfen wir mal ein Loch. Normalerweise. Oh, das ist ein Puzzle. Oh, das ist ein Puzzle. Gut, jetzt kann ich zum Mist und meinen Ball hier rüber schieben. Wie so ein Mistkäfer. Wie so ein Dummkäfer rolle ich hier das Ding durch. Ob da jemand mit dem Spiel seine Erinnerungen aufgearbeitet hat. Da war schon wieder auf dem letzten Knoten sehe ich. Das ist wahrscheinlich hier links runter. Richtig, ich kann das nicht raus. Hm. Hm. Ich glaube aber sonst wenig. Ich kann aber folgendes machen. Ich kann... Nee, kann ich nicht. Irgendwie verstehe ich hier die Hälfte nicht. Das zieht mich so weit runter. Okay. So eine kleine Grundidee jetzt. Das ganze Band, was da ist, ist verloren, wenn ich das jetzt nicht einsammle. Warte mal eben. Okay, ab hier beim nächsten Mal. So. Willkommen zu Unravel. Ich habe hier eine kleine Idee, wenn ich das so mache. Äh, komme ich da nicht mehr hoch. So. Wenn ich jetzt hier... Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich das aber... Hier. Oh Mann. Ich will hier auf die rechte Seite. Was hat das auf sich hier? Aber ich dachte, ich könnte das nämlich... runterziehen. Aber irgendwie... Klappt das nicht so, wie ich will. Seht, das muss noch weiter runter. Gibt es hier irgendwie... Etwas, was ich wieder übersehen habe. Hier weiter rechts zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Gewichte, ne? Ich sollte mal aufmerksam schauen, wo ich immer lang gehe. So. So. Und jetzt hoch. Und jetzt auf die andere Seite hoch. Und dann in den... Ja. In den. Und dann kann ich da oben hoch. So. So. Dann nehme ich natürlich auch das Geheimnis mit, was ich da sehe. Was nicht geklappt hat. Wie komme ich denn da bitte hin? Vielleicht durch den Sprung von hier. Ah, so knapp. Komme ich aber nicht hin. Komm ich aber nicht hin. Ne, ich fall nur runter. Das wird nix. Bei denen werden Präzisionssprünge erforderlich. Und die kann ich nicht. Ah. Vier Minuten vor Ende. Super. Okay. Das hänge ich auch hinten dran. Wieso schaffe ich mich mal kurz vorm Schluss die Folge zu Ende zu bringen? Also auszuschalten. Oh, da ist gar kein Platz mehr. Aber hier haben wir noch ein Bild, ne? Eins müsste eigentlich noch kommen. Aber ich habe noch ein Bild gesehen. Und rechts zum Beispiel ist auch noch nicht voll. Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an. Egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß. Egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Ohohoho. Das ist Schnee. Das ist, äh... Das ist Schnee. Ah, diese klassischen roten Hütten. Diese roten Hütten. Im Schnee. Die gibt es nur oben. Die kenne ich zumindest nur aus Skandinavien. Und wir wissen ja, das ist Finnland. Das sieht nach Grillen aus, ne? Aber ganz schön viel Rauch. Wo haben die eingekauft? Ach, kann man nicht erkennen. Boah, cooles Bild. Das hätte ja mal richtig geschneit. Okay. Ja, das hänge ich auch dran. Sicher.